Hier ist Opa Hier ist Oma, wie geht's Ihnen? Geht es dir gut in Berlin? Hier ist mein Onkel und Tante Irmgard. Meine Tante kommt aus Bremen, mein Onkel aus Stuttgart. Hier ist mein Cousin und hier ist meine Cousine. Mein Cousin heißt Christoph, meine Cousine heißt Christina. Das ist meine Familie, sie sind alle da. Und deine Familie, zeig sie mir mal. Hier ist Opa Und hier ist Oma Wie geht es Ihnen? Geht es dir gut in Berlin? Hier ist mein Onkel und Tante Irmgard. Meine Tante kommt aus Bremen, mein Onkel aus Stuttgart. Hier ist mein Cousin und hier ist meine Cousine. Er heißt Christoph, sie heißt Christina. Das ist meine Familie, sie sind alle da. Und deine Familie, zeig sie mir mal. Hier ist Opa und hier ist Oma. Wie geht's Ihnen? Geht es Ihnen gut in Berlin? Hier ist mein Onkel und Tante Irmgard. Meine Tante kommt aus Bremen, mein Onkel aus Stuttgart. Hier ist mein Cousin und hier ist meine Cousine. Mein Cousin heißt Christoph, meine Cousine heißt Christina. Ah, hier ist Opa und hier ist Oma. Wie geht's Ihnen? Geht es dir gut in Berlin?